Sir Winston Churchill ist alles andere als ein gewöhnlicher Mann. Er ist Schriftsteller, sogar mit Literaturnobelpreis, Maler, Soldat auf vielen Schlachtfeldern, Feldherr, vielleicht zweimal britischer Premierminister, wichtiger Gegenspieler von Adolf Hitler und einer der Väter des geeinigten Europas. Er besitzt Einfühlungsvermögen und Humor, aber er kann auch ohne Rücksicht auf Verluste seine Ziele gewalttätig durchsetzen. In diesem Video hier schauen wir uns Winston Churchill als Mann und Politiker an. Alles, was ihr zu ihm wissen müsst, jetzt. Am 10. Mai 1940 wird Winston Churchill britischer Premierminister und an diesem 10. Mai 1940 greift Adolf Hitler Frankreich an. Der Zweite Weltkrieg tritt in eine neue Phase ein. Dazu haben wir auch schon ein Video gemacht, findet ihr, wenn ihr auf das i klickt. Die zehn Jahre zuvor in den 1930er Jahren arbeitet die englische Politik auf eine Besänftigung der Nationalsozialisten hin. Die Politik des sogenannten Appeasements. Man denkt, wenn man Hitler entgegenkommt, ist der zufrieden und hält auch Frieden. Eigentlich warnt damals nur einer vor den Nazis, nämlich Winston Churchill. Und als der Krieg ausbricht, wird Churchill Premierminister seiner Majestät. Als Erstes muss er sein geschocktes Kabinett von seiner Politik überzeugen. Viele Minister wollen mit Hitler eine Übereinkunft aushandeln. Eine vage Möglichkeit auf Frieden immerhin. Churchill dagegen will kämpfen. Keine angenehme Aussicht. Er sagt es in aller Offenheit. Ich habe als Regierungschef nichts anzubieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Churchill ist damals 65 Jahre alt. Er ist ein spätberufener Premierminister, der eigentlich schon zwei politische Karrieren hinter sich hat. Nicht nur einmal ist er gescheitert. Und jetzt wirft er sich der Kriegsmaschinerie der Nazis entgegen. Schauen wir mal zurück. Der junge Winston Churchill ist Spross einer alten englischen Adelsfamilie. Er kommt am 30. November 1874 auf Schloss Blenheim Palace zur Welt. Dort leben die Marlboros. Aber Winston ist kein Duke of Marlborough, sondern ein normaler Bürgerlicher. Denn sein Vater ist der zweitgeborene Sohn. Er erbt den Titel nicht. Das Sir verdient sich Winston Churchill erst später. Eine besondere Wertschätzung erfährt der kleine Winston anfangs allerdings nicht. Ein Lehrer schreibt über ihn, er sei das boshafteste Kind der Welt. Sein Vater, ein englischer Politiker, der Vorsitzende der konservativen Partei ist und Finanzminister, und seine Mutter nennen das Kind kleine Bulldogge. Beide sind der festen Überzeugung, dass dieser schlechte und streitsüchtige Schüler es zu nichts bringen werde. Aber dann kommt Winston auf die Militärakademie und ist mit einem Mal in seinem Element. Er wird Kavallerieoffizier und kämpft auf vielen Schlachtfeldern für das britische Empire. Dembei verfasst er Artikel über diese Kriege und verdient sich damit was dazu. Vor allem aber macht er sich einen Namen. Churchill flieht unter anderem aus einem Kriegsgefangenenlager. Er lebt krasse Geschichten, Zeug, das man auch verfilmen könnte. Gefahr, Abenteuer. Churchill genießt das Leben in vollen Zügen und den Alkohol und die Zigarren, die dazugehören, wird er sein ganzes Leben lang nicht mehr los. Mit 26 Jahren sehen ihn einige schon als Helden und er zieht als gewählter Abgeordneter ins Unterhaus ein für die konservative Partei, die sein mittlerweile verstorbener Vater mitbegründet hat. Ebenso frech wie selbstbewusst sagt er, wir sind doch alle Würmer, aber ich glaube, ich bin ein Glühwurm. Und schnell macht er sich unbeliebt. Weil ihm die Politik der Konservativen zu wenig sozial ausgerichtet ist, tritt er dort aus und in die liberale Partei ein. Seine ehemaligen Parteifreunde geben ihm den Schimpfnamen, die Ratte von Blenheim, nach dem Schloss seiner Familie. Aber Churchill hat richtig gepokert. Die Liberalen gewinnen die nächste Wahl und der 36-jährige Churchill wird Mitglied der Regierung, steigt zum Innenminister auf. Mittlerweile hat er auch geheiratet. Seine Frau und er werden fünf Kinder bekommen. Als Innenminister macht sich Churchill unbeliebt. Er setzt Soldaten gegen streikende Bergarbeiter ein. Und als Anarchisten in London in einem Haus festgesetzt werden, lässt Churchill vor Ort, sozusagen an der Front stehend, das Haus anzünden, die Männer verbrennen. Das Ereignis sorgt für einen riesigen Skandal. Trotzdem wird Churchill zum Marineminister befördert. Jetzt baut er die Flotte aus und modernisiert sie. Im Ersten Weltkrieg macht er sich bei der Führung unbeliebt. Churchill überschreitet die Kompetenzen seines Amtes immer wieder. Er ist maßgeblich am gescheiterten Versuch beteiligt, an den Dardanellen, den Achsenmächten um das deutsche Kaiserreich eine Niederlage einzubringen. Am Ende sind 250.000 alliierte Soldaten tot oder verwundet. Das Unternehmen total gescheitert. Der Abenteurer Churchill muss zurücktreten. Jetzt zeigt sich eine erhebliche Neigung zu Depressionen. Churchill nennt sie seinen Black Dog. Und wie ein echter Hund sind ihm seine Depressionen treu. Sie überkommen ihn immer wieder, wenn er sich nutzlos oder ohnmächtig fühlt, wenn er nichts tun kann. Und so zieht der Abenteurer wieder in den Krieg. Er kämpft an der Front in Flandern. Es ist auch ein Kampf gegen die Depressionen, denn er schreibt seiner Frau aus dieser Hölle, dass er sich irgendwie auch gut fühle. 1917 darf er zurück ins britische Kabinett. Als Munitionsminister beweist er organisatorisches Geschick. Er kümmert sich um den Bau von Flugzeugen und vor allem um eine neue Waffe, den Panzer. 1919 wird er Kriegsminister. Aber als die Liberalen die nächsten Wahlen verlieren, verdient auch Churchill seinen Sitz im Parlament. Aber anstatt sich zur Ruhe zu setzen, schreibt er ein Werk über den Ersten Weltkrieg. Im Jahr 1924 kehrt er zu den Konservativen zurück. Und noch im selben Jahr steigt er zum Finanz- und Wirtschaftsminister auf. Dabei macht er sich wieder unbeliebt. Er setzt nämlich den Goldstandard durch. Das britische Pfund ist in der Folge durch Goldreserven gedeckt. Jeder Geldschein aus Papier ist mit einem Stück Gold, das im Safe liegt, abgesichert. Aber das macht das Pfund so teuer, dass britische Exporte einbrechen und die Arbeitslosigkeit dramatisch ansteigt. Churchill wird die Streiks gegen seine Politik gewaltsam niederschlagen lassen. Die Folge ist logisch, Churchill ist wieder mal raus. Der schwarze Hund, seine Depressionen, stellt sich wieder ein. Churchill malt und schreibt, trinkt und raucht. Er reißt viel in der Welt herum, hält Vorträge, agitiert gegen den Kommunismus, ist freundlich zum Duce, also dem italienischen Diktator Benito Mussolini, und warnt vor Hitler. Er tritt dafür ein, dass der englische König eine geschiedene, bürgerliche Amerikanerin heiraten darf. Kurz und gut, Churchill macht sich wieder sehr unbeliebt. Vor allem wegen seiner Warnungen vor den Nazis hält man ihn in England für einen Kriegstreiber. Einen Vorwurf, den der zum Reichskanzler aufgestiegene Hitler gerne aufgreift. Aber dann scheitert die Appeasement-Politik und Großbritannien wacht aus dem Traum von einer friedlichen Zukunft auf. Jetzt ist der alte Grießkram Churchill plötzlich ein Prophet mit Weitblick. Die Presse fordert, ihn ins Kabinett zurückzuholen. Und tatsächlich wird der 65-jährige Churchill wieder erster Lord der Admiralität, also Chef der Royal Navy. Er ist zurück in seinem Element. Krieg steht bevor, und im Krieg findet Churchill seine Rolle. Als sich die Lage zuspitzt, beruft der König Churchill zum Premierminister. Er ist der richtige Mann an dieser Position, und zwar aus mehreren Gründen. Einmal versteht er den modernen Krieg. Er hat die Luftstreitkräfte aufgebaut und die Panzer in der Armee eingeführt. Er hat den Geheimdienst auf den Weg gebracht. Außerdem versteht Churchill, was Hitler will. Er durchschaut seinen Charakter, beziehungsweise den Charakter des NS-Regimes. Er begreift, dass es kein Verhandeln mit den Nazis geben kann. Entweder unterwirft man sich, oder man kämpft. Und auf diesen Kampf schwört Churchill Großbritannien ein. Uns erwartet ein Martyrium der schlimmsten Art. Wir werden mit allen Mitteln Krieg führen gegen eine monströse Tyrannei. Das Ziel ist Sieg. Sieg um jeden Preis, egal wie lange es dauert. Keine Kompromisse. Churchill sagt in einer berühmten Rede, wir werden bis zum Ende gehen. Wir werden in Frankreich kämpfen. Wir werden auf den Meeren und Ozeanen kämpfen. Wir werden unsere Insel verteidigen, wie hoch auch immer der Preis sein mag. Wir werden an den Stränden kämpfen. Wir werden auf den Feldern und auf den Straßen kämpfen. Wir werden in den Hügeln kämpfen. Wir werden uns nie ergeben. Und wenn die Nazis die britischen Inseln erobert und besetzt hätten, dann hätte Churchill wahrscheinlich aus Kanada weitergekämpft, aus den Kolonien heraus. Die Frage ist, wie das geklappt hätte. Aber Churchill hätte es auf jeden Fall versucht. Gleichzeitig machte den Briten aber auch Mut. Die Deutschen sind furchteinflößende Gegner, ja. Aber man kann sie besiegen. Wir werden sie besiegen. Und zum Dritten ist Churchill für viele an der richtigen Position, weil er kompromisslos und unerbittlich ist. Er tut das, was getan werden muss. Nachdem Frankreich besiegt ist, besteht die Gefahr, dass sich die Deutschen der französischen Mittelmeerflotte bedienen, um England anzugreifen. Er stellt der Regierung in Vichy ein Ultimatum mit mehreren Optionen, wie die Flotte zu übergeben oder unschädlich zu machen sei. Über das Vichy-Regime findet ihr übrigens auch im Video, das ihr oben über das I erreichen könnt. Als es bei den Gesprächen über das weitere Vorgehen keine Fortschritte gibt, lässt er die Flotte versenken. Mehr als 1200 französische Soldaten sterben. Churchill verteidigt sich. Diese Toten hätten viele Leben gerettet, denn die Nazis hätten mit der Flotte viele Briten töten können. Knallhart handelt der Premierminister auch später, als England den Luftkrieg gegen Deutschland gewonnen hat und dank der US-Amerikaner die Lufthoheit errungen hat. Churchill lässt bis zum Schluss deutsche Städte bombardieren, wodurch tausende Zivilisten sterben. Er dachte erst, die Deutschen würden diese Bombardierungen gar nicht aushalten und ihre eigene Regierung stürzen. Aber als sich diese Annahme als Trugschluss herausstellt, lässt er die Bombardierungen trotzdem weiterlaufen. Bis in die allerletzten Kriegstage. Man muss natürlich auch wissen, dass das Deutsche Reich bis in die letzten Tage Raketen wie die V2 auf London abschießt. Churchill weiß um das Leid, dass Bombardierungen anrichten. Er selbst besucht während der Schlacht um England viele getroffene englische Städte und spricht den Menschen Mut zu. Im Gegensatz zu Hitler, der sich bekanntlich in den letzten Tagen und Wochen in Bunkern versteckt, geht Churchill zu den leidenden Menschen. Und er entscheidet, dass es erst zu Ende ist, wenn es zu Ende ist. Das ist eine schwierige und sicher auch grausame Entscheidung. Wie kann man das bewerten? Churchill war der festen Überzeugung, dass es anders nicht geht. Historiker diskutieren heute aber darüber, wie viel der Bombenkrieg tatsächlich gebracht hat. Fakt ist jedenfalls, dass er sehr viel Leid verursacht hat. Was wir auf keinen Fall tun sollten, versuchen ein Unrecht mit dem anderen aufzuwiegen. Auf jeden Fall schafft es Großbritannien zunächst nicht besiegt zu werden. Als sich Hitler 1940 gegen Russland wendet, versucht Churchill die USA zum Kriegseintritt zu bewegen. Denn er weiß, dass Großbritannien es alleine nicht schaffen würde, Deutschland zu besiegen. Er ist der große strategische Antreiber in den großen Ringen der Nationen. Als dann die US-Amerikaner in den Krieg eintreten, übernehmen sie nach und nach die Führung. Und die Sowjets, die die Oberhand über die Wehrmacht behalten, spielen ihr eigenes Spiel. Churchill erkennt, dass Großbritannien das eher dramatisch an Einfluss verliert. Dieser Verlust bleibt nicht ohne Folgen. Churchills Depressionen kommen wieder. Der Black Dog, der schwarze Hund, taucht nach längerer Zeit wieder auf. Mit allen Mitteln versucht der britische Premierminister, den Russen den Zugriff auf Europa zu verwehren. Aber ohne Erfolg. Churchill muss erkennen, dass Großbritannien 1940 eine Weltmacht ist, aber 1945 nur noch eine zweitrangige Macht. Noch während der entscheidenden Verhandlungen auf der Konferenz in Potsdam, auf der geregelt werden soll, wie mit dem besiegten Deutschland umgegangen werden soll, geschieht dann das Undenkbare. Bei der Unterauswahl wählen die Briten den Sieger und Helden Winston Churchill sang- und klanglos als Premierminister ab. Er wird umgehend durch seinen Nachfolger Clement Attlee ersetzt. Die Briten trauen Churchill offenbar nicht zu, den Frieden genauso zu gewinnen, wie er den Krieg gewonnen hat. Aber dieses Mal zieht sich Churchill nicht einfach zurück. Der Kapitän verlässt das Schiff nicht. Er bleibt als Oppositionsführer an Bord. Er wettert gegen den eisernen Vorhang, der nun das freie Europa vom Machtbereich der Sowjets trennt. Er mahnt eine europäische Einigung an, damit Europa einen Gegenpol zu den Sowjets bilden kann. Eigentlich will Churchill 1946 in der Schweiz nur Urlaub machen, aber an der Universität Zürich hält er kurzfristig eine Rede, die das junge Publikum begeistert und in die Geschichte eingeht. Wie es zur sogenannten Europarede kommt und was es damit auf sich hat, das haben wir euch schon mal in einem Instagram-Post erklärt. Der ist in der Infobox unten verlinkt, schaut da gerne mal rein. Churchill erläutert auf jeden Fall seine Version der Vereinten Nationen von Europa. Dabei denkt er freilich nicht daran, dass Großbritannien dabei mitmachen soll. Es soll als Partner und als Kolonialmacht zur Seite stehen. In der Hinsicht schätzt der überzeugte Kolonialist Churchill die geschichtliche Entwicklung ziemlich falsch ein, wie wir heute wissen. Überhaupt muss man sagen, ist Winston Churchills Beziehung zum Kolonialismus ein ganz eigenes Thema. Wenn euch das noch näher interessiert, dann schaut euch das doch mal bei den Kollegen von Simplicissimus an, die der Frage nachgehen, war Winston Churchill ein rassistischer Kriegsverbrecher? Er ist sehr interessant, oben auf dem i verlinkt, da kommt er hin. Im Jahr 1951 kehrt Churchill auf jeden Fall noch mal nach einem knappen Wahlsieg als neuer, alter Premierminister an die Macht zurück. Erneutes Comeback. 1953 wird er, Zitat, für seine Meisterschaft in der historischen und biografischen Darstellung sowie für die glänzende Redekunst, mit welcher er als Verteidiger von höchsten menschlichen Werten hervortritt, Zitat Ende, mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Für seine literarischen Werke, vor allem seine Darstellung des Zweiten Weltkriegs. Aber der Premierminister ist zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr kraftvoll, sondern nur noch sein eigener Mythos. Krankheiten behindern ihn, sodass er am 4. Juli 1955 auf die Macht verzichtet und zurücktritt. Zehn Jahre später, im Januar 1965, fällt er ins Koma und stirbt. Als der Trauerzug den Sagt Churchills die Themse heraufbringt, senken sich die Kräne vor ihm in Trauer, aber natürlich bildlich gesprochen. Die Menschen, die sonst gen Himmel ragen, senken sich ab. Die ganze Welt nimmt Abschied von einem Mann, der das 20. Jahrhundert entscheidend mitgeprägt hat. Was meint ihr? Wie ist Churchill einzuordnen? Ein Held? Visionär? Skrupelloser Machtpolitiker? Eure Bewertungen gerne unten in den Kommentaren. Und wenn euch das Thema britisches Empire interessiert, dann schaut einfach hier rein. Und direkt darunter findet ihr das Video von den Kollegen von Simplicissimus, das ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, ob Churchill ein Rassist war. Das war auch sehr, sehr spannend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.